Mein Name ist Silke Baxen. Ich bin 52 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus Dortmund und lebe jetzt auf der Nordseeinsel Pellworm. Ich habe vier Kinder und ich habe gemeinsam mit meiner Familie 2019 die Bundesregierung aufgrund ihrer nicht eingehaltenen Klimaziele verklagt und aufgrund dessen habe ich eigentlich gemerkt, dass jede und jede einzelne von uns aktiv werden kann und was erreichen kann und bin daraufhin in die Politik gegangen und bin jetzt Abgeordnete im schleswig-holsteinischen Landtag. Ich bin Sophie Baxen, 24 Jahre alt, komme von Pellworm, bin auch hier aufgewachsen und ich habe zusammen mit acht anderen jungen Menschen die Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht gegen die Bundesregierung wegen Nicht-Einhalten ihrer Klimaziele und das Bundesverfassungsgericht hat die Bundesregierung dazu aufgefordert ihr Klimaschutzgesetz nach zu bessern.